Willkommen zu meinem Video LittleBigPlanet 2 Wir sind hier wieder mit einer Freundin unterwegs Wir sind im letzten Video gesagt und heute gibt es etwas sehr sehr Tolles was sie gefunden haben ein Spiel das heißt 70 Stocks und bla 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 70 Stocks und Stil kann man sagen und wir wollen dieses Spiel da gibt es auch Bilder dazu Den Zettel Hier kann man Musik machen Ich mach mal lauter hier Hier kann man so Spiele spielen und gewinnen bis 70 zu hüpfen Park Handy Musik auf jeden Fall Das ist bis jetzt leise aber es wird immer schwerer Das ist bis jetzt leise aber es wird immer schwerer Wir sind beide gestorben das Mädchen und ich Das ist ein bisschen Düm 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 Hier muss man richtig aufpassen Hier muss man richtig aufpassen in diesem Spiel Düm 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 D oh nein, das ist richtig schwer, das sieht aber leise aus, mega schwer, nein, das ist richtig schwer, hey ladygirl, ich schaff, bin ich da, das ist richtig schwer, das rot ist Pizza, oh nein, mega schwer, es sieht leise aus, aha, geschafft, das gleiche wie vorher, glaube ich, nur ein Glas, nee, nee, auf jeden Fall, Homer wird das Projekt auch spielen, nicht nur ich, werden aber viele Videos von Mischlein, geschafft, oh nein, 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 das ist richtig schwer, ähm, ey, das sieht mega leicht aus, das sieht auch cool aus, es ist nichts aufmachen, ähm, wie viele Minuten, fünf, die Minute ist heute zu langsam, yeah, oder wie sind sie schnell, ich hab noch nie Mario gespielt, wenn ich ehrlich bin, das ist ja mega leicht, sofort gestorben, das ist irgendwie rutsig, obwohl es gar nicht rutsig ist, falls ihr wisst, blau ist immer rutsig, weil Eis ist blau, dieses Spiel, ab wie viel Jahre ist das eigentlich, das ist ab sechs Jahre, nicht geschafft, geschafft, das gleiche wie vorher im neuen Eis, nein, na, ich bin ausgerutscht, seht man nicht die Figur, geschafft, Nein, 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 nein. Wir sehen uns gleich, wenn ich dieses Level geschafft habe. Bis gleich. Ich habe das Level geschafft. Hat nur eine Minute gedauert. War nicht so schwer, wie man denkt. Sie schafft das und ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, bin ich so ein Profi in diesem Spielmodus. In Minecraft bin ich doch mehr ein Profi. Gib auf jeden Fall Abonnenten. Wir geben auch euch immer Abonnenten. Jeden YouTuber neuen, den wir sehen, immer Abonnent. Und ihr wüstet uns. Wir sehen uns auf jeden Fall bis gleich. Käse. Dann bin ich wieder... Ich spiele mit der Freundin, aber das ist sie. Der erste Spieler ist... Ah, tut mein Bein weh. Ich habe mein Bein genau in der Aufstau... Hey! Ah, das sieht doch mal schöner aus. Und jetzt, ich fühle mir gerade. Machst du bitte schneller. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis gleich. Die Freunde hat uns rausgeschmissen. Ich würde euch nicht sagen, was ich gemacht habe. Yes, Bob. Yes, Bob. Wir gehen bitte rein. Ahaha. Das macht Spaß, das zu spielen. Hier sind ja viele Dinge, die ich euch erklären will. Und wir sehen uns auf jeden Fall bis gleich. Hier bin ich wieder. Ich wollte euch kurz das zeigen, wie das funktioniert. Hier sind zum Beispiel Sachen, die man bauen kann. Man kann ja Musik machen, hier Musik. Dann kann man hier, wenn man oben drückt, das machen. Was ist das schon? Hier kann man viel, 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 viel andere Sachen machen. Und es ist mal wieder los. Das ist mal, das ist mal, ähm, was bauen. Bis gleich. Hier, ich habe jetzt was hier gebaut. Ähm, mal gucken, dass ich diesen Sprungstaffel. Ich, nicht, dass ich ausrüste. Nein. Nein. Nochmal. Nochmal, 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 nochmal. Ich will nochmal. Ich bin immer immer ausgelaufen. Guck mal. Ich bin Profi, Profi, Profi. den sattel okay wir machen noch mal den schwung ja guck mal wie gut ich bin profi 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 guck mal wie es was ich kann was ich noch kann ich kann das war's vom video wenn es euch gefallen hat lassen leider kommt drückt die kommentare drückt diesen knopf ich weiß nicht mehr vergessen wo man die nie die video filmen bis nächstes mal haut rein